Ihr zweites Aufeinandertreffen mit Chef-Juror Dieter Bohlen wurde von den Fans bereits mit Spannung erwartet Jill war in Folge 4 der kriselnden RTL-Show vom Pop-Titan aus Tötensen aufgrund ihrer hemmungslosen Auftritte in diversen Flirt-Formaten wie Are You De One oder Ex On The Beach sexistisch beleidigt worden All das schien im Recall allerdings vergessen Beim sogenannten Quick-Pick in einem Hangar auf einem Flugfeld in Mönchengladbach überzeugte die TV-Bekanntheit alle vier Jury-Mitglieder mit ihrer Stimme Somit konnte sich das Reality-TV-Stanchen über eines von nur 30 verfügbaren Tickets für die Weiterreise in die nächste Ausscheidung esren die auf Mallorca freuen Eine starke Leistung, immerhin waren von malerischer Top-Gun-Kulisse insgesamt 120 Musiktalente ins Rennen gegangen Auf der Baleareninsel angekommen, erwartete Jill dann eine faustdicke Überraschung Für ihren rundum überzeugenden Auftritt im Quick-Pick wurde die Tattoo-Liebhaberin ebenso wie Nathalie Nock und Nikolaus Big Ensi Mediriatis mit einem exklusiven Auftritt im Bierkönig belohnt Diese Nachricht musste die attraktive Blondine erst einmal verdauen, doch sie gab sich kämpferisch Wenn ich das meistere, schaffe ich alles Außerdem sind da eh nur besoffene Männer und die stehen auf schöne Frauen Alles klar Dann war es soweit, Big En gab seinen eigenen und mittlerweile als Single veröffentlichten Song Big Bounce zum Besten Nathalie spulte mein Herz von Beatrice Egli routiniert runter und Jill trällerte atemlos von Helene Fischer Doch ausgerechnet bei der Performance der 22-Jährigen passierte eine Panne, das Playback stürzte plötzlich ab Nachdem die Influencerin ihre eigene Atmung wiedergefunden hatte, meisterte sie die Situation jedoch souverän Sie animierte einfach kurzerhand das Publikum zum Singen Ich wäre am liebsten weggelaufen, am liebsten im Boden versunken, als die Technik versagt hat, aber ich konnte die Zuschauer da nicht so stehen lassen, erklärte die 22-Jährige Die Freude über den gelungenen Abstecher in die Party Hochburg am Ballermann war für das Trio aber nur von kurzer Dauer Anschließend ging es für sie nämlich direkt zurück ins DSDS Camp, ein Zeltlager mit Plumps-Glo Gemütliche Hotelatmosphäre wird es für die letzte Riege von Superstar-Anwärterinnen und Anwärtern vorerst nicht geben und an der Zeltlager mit Plump-Glo Untertitelung des ZDF für funk, 2017